Ich stehe zwar schon 4-1, habe vergessen die Aufnahme anzumachen, aber ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit einem Video, wie ich versuche, Junosch zu carryen. Achja, dieses Video kommt einen Tag nach Junosch seinem Geburtstag raus. Also nochmal alles Gute, Junosch. Zett, möchtest du den vielleicht mal an dich ranziehen? So, easy. Sorge, Diana stirbt jetzt wahrscheinlich. Ah, nee, ich habe so getraut. Sehr gut. Wenn ihr Glück habt, schade. Geht gar nicht. Komm da hoch, ich komme da hoch. Shit, Herb. Komm, ich habe Ult, ich habe Ult. Ja. Sehr schön. Nice. Let's go. Sehr nice. Gut, dass der Skala die nicht getankt hat. Ich habe sogar schon mal Brandon im Video gespielt, im allerersten Leak-Video. Alter. Das ist ein kleiner Callback einfach. Plus ich stehe einfach schon 6-1. Maschine, die steht 3-1. 3. Fast 6-1. Fast das gleiche. Was baut man denn auf dem Arzen eigentlich? Ich baut es einfach Liandris, wenn ich eh schon Ryleys habe für ein bisschen mehr Tankiness. Ja, einfach die ganze Zeit Burn und Dings. Ja, ja. Und Ability Power. Also das ist wirklich das, was man da auf dem Baut. Richtig schön Pain einfach. Oh shit, Junge, Raken, Alter. Bei Raken geht es aber, ja, gefunden werden. Lass mal Raken ein bisschen helfen. Vorsicht, der könnte dich jetzt auch gefunden werden. Ah ja, warte, ich komme mal vorbei. Ich komme um die Ecke. Mit einer Dings. Ja, okay, schade. Schade. Oh shit, Junge. Der entführt uns, der entführt uns, der hat den weißen Van rausgeholt. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Gehe hier absolut raus. Ja, der wird ja auch alleine machen. Wir dürfen uns nur nicht catchen lassen, alle zusammen in der Ult. Ja, jetzt bin ich tot. Ja, Mann, Junge, wieso bin ich da noch mit rein? Egal. Ja. Sie ist ja down. Ja, ja. Shutdown hätte nicht sein müssen. War ein bisschen dumm. Passiert. Ah, Raken! Oh mein Gott! Oh, mir wurde die Ken geklaut vom Ken-Minion einfach. Okay, Diana ist down, wegen des etwas. Tschüss, Caitlin. Okay, jetzt brauchst du auch noch mal beim Break vorbeischauen. Hm, tja, ich war beschäftigt mit Caitlin. Naja, aber ich auch. Was, 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 wer möchte, was will ich's tun? Haha, ich überlebe das! Junge, wo läuft Rakan lang? Oh nee, was? Sie lebt? Bitte fangen sie ab. Das ist lächerlich. Danke. Ihr habt mich hier gesehen, die haben hier Vision. Ha, wusste ich. Da oben ist sie. Mhm. Lass uns da rausholen. Warte, soll ich meine Ultrein werfen? Oh mein Gott, wie gut ich sie gehittet hab. Ich habe leider keine Fake. Sie hat die Crap geswaltet. Ja, komm, also das ist ja alles gut. So, okay, dann lassen wir einfach mal rennen. Machen wir einfach mal den Break. Ja. Das ist das Wichtigere. Ja, die Diana kann jetzt leider nicht mehr Carrying für sie. Für mich ist es gut, dass ich es nicht mehr machen kann, aber... Ey, was macht ihr? Geht's ja gut. Hä? Oh shit, Alter. Der Singed ist komplett lost. Naja, er wurde einfach gar cc'd in der, äh... Junge, dass er dann, dass der noch lebt. Come on. Dass der noch lebt. Aber sagen wir nur Ehen. Ja, oder Stridebreaker. Oh shit, Alter. Ey, ich bringe was mit, ne? Oh shit. Freunde der Familie. Ich hab, äh... Weißt du, weißt du? Äh, sie flasht einfach auch mal die Minis Abi getötet. Ja, das ist nicht los. Und noch nicht mehr als nächstes. Äh, poor. Sie kriegt gar keinen Schaden, Junge. Ich brauch echt Wallstar oder so. Das ist ja crazy. Sehr gut, Scanner kommt. Aber das ist easy. Mein Problem, jetzt freeze ich den hier nochmal und dann ist der auch sogar tot. Mein Problem, jetzt über rennen wir die einfach. Ich hab nebenbei Catelyn verbrannt. So, finishen wir. What a game, what a game. Oh Mann, ich wollte die anderen noch killen. Ja, ich glaub, das war das Set, der hier gefinisht hat. Ease schreibt da. FFGG. Fringe. Wait, Brand ist gebannt. Ähm, ja, ne Evelyn chillt by Chase direkt. Junge, Chase was cool. Dinger war das gut. Ich hab sie einfach in die Touren gehauen. Evelyn, bei mir. Oh, ich brauch ganz dringend Hilfe. Sehr schön. Ja, sie hat geult. Warte. Ja, schlag sie. Weißt du, wo Evelyn ist? Ne, weiß ich nicht. Ich kann aber auch nicht top land ganken. Ich wäre theoretisch da, also wenn sie dich gankt, bin da. Evelyn ist bot lane. Jupp, jupp, jupp. Ah, Evelyn ist da? Ah, Evelyn ist da? Ja, hat mein ult gewifft, aber das kannst du wechseln. weiterfalten. Man, ich wollte grad sagen. Ne, ist Achtung. Ja, please. Ich hab die Q gemisst. Oh mein Gott. Ich hab die Q gemisst. Die eine. Boom. Überlebt mal wieder noch kurz. Naja. Naja. Ein bisschen schwierig. Mhm. Schade. Es ist geflasht. Naja. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass das Game Over sein wird, weil ich werde dann einfach durch Malfight gewonshottet. You will get no Herald. Haben sie ihn nicht bekommen? Lol. Big. Sehr crazy. Big. Wesens hat er das geschafft. Ich komm zu dir. Ich hab mir vielleicht mal wieder ein Item kaufen, by the way. Komm, ich komm, ich komm. Ben. Warte, schaffst du. Sehr schön. Ich hole mir jetzt erst mal so drin. Oh, äh, wirklich ein Problem. Ich bleib mal wieder mit mich holten. Kann ich nix machen? Kann ich gar nix machen? Nee, nee. Oh ja, auch catch sie da. Oh. Du hast sie ja gecatcht. Oh, schade. Ich hab leider keine Autotext mehr hinbekommen. Nee, ich bleib da einfach. Bleib da einfach. Nein. Ich krieg viel zu viel. Sehr schön. Invis gesniped. Das haben wir schön gecatcht. Ja, du hättest da bleiben können einfach oben. Dann wär ich einfach außen rumgelaufen zu ihr. Sehr schön. Big. Junge, aber der Malfighter ist halt wirklich der Spiel, die hat gefühlt seine Runde des Lebens hier. Was ist hier gestorben? Keiner weiß es, Mann. Loll. Du schießt dadurch gestorben? Achso, ich dachte, der Malfighter war. Hast du gerade eine Ultra reingeworfen? Ja, kein Bock da hinzulaufen. Hä? Warte, Evelyn. Sehr schön, sehr schön. Okay, der Dings von hinten. Aua. Oh mein Gott, das ist so viel low, Alter. Ist das crazy. Das ist wirklich crazy, komm. Bitte. Ich bin tot, ich bin tot. Ja, keine Chance, Junge. Ist halt so kacke, dass dieser Malfighter einfach mich ultet. Ich hab mich nicht. Fuck, Alter. Hä? Hä? Was hab ich getan, Alter? Let's go. Ähm, ja, ne? Pfff, geht so semi aus, das Game. Ja, ich muss halt irgendwie out of my mind spielen, aber Evelyn one-shottet mich. Was der machen darf, ist so lächerlich. Ah! Ah! Oh mein Gott, was macht ihr immer in mir? In mir! Es real ist da, Aurora. Aurora ist auch da, also dann ist nur, dann ist nur, die Evelyn macht das nicht alleine. Pfff, sehr gut. Ja, gute Nacht, Alter. Warte, dich was bauen? Was bauen? Machst du, machst du einfach auf Evelyn? Evelyn, Evelyn? Auf Evelyn, ja. Da fängt es nichts ab. Ja, sehr schön. Malfight, jetzt Malfight, klatschen weg. Du hast mich lieber durch Freddstein. Sehr schön. Weiter, weiter, weiter. Sehr schön. Okay, finish, 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 finish. Ja, ja, safe. Oder jetzt geht's los, ne? Pfff. Was? Ich hab' ich sie überhaupt getötet. Malfight, Malfight, Malfight. Malfight, Malfight. Nice. Let's go. Haben wir schon verloren? Ne, ne. Die ist maybe tot. Sehr schön. Oh mein Gott. Egal, machst du. Wenn du, genau, ja. Sehr schön. Hau Kaiser weg. Perfekt. Jetzt Evelyn? Weißt du, ob Evelyn bringen kann? Ne, passt schon, passt schon. Oben wird eingerannt. Das war Morganas Plan. Mann, dass diese Kaiser ist immer plötzlich in mir, dann Evelyn ist plötzlich in mir, Aurora kommt mit ihr ult auf die andere Seite. Ah, es ist so anstrengend. My bad for feeding. Auch echt. Ähm. Das ist mein Biggest Counter. Oh, das ist kein Grund, 1,17 zu gehen, Alter. Achtung. Shit, Alter. Ja, gut, da geh' ich nicht rein. Naja, okay, das war's. Wenn ich jetzt tot bin, war's das. Kannst du mich save'n? Okay. GG. Ja, schade. Äh, wo kam denn der her eigentlich, Alter? Ach, von der Toplane wahrscheinlich. Das ist doch so crazy, Alter. Also, das ist halt Lidded Reportable, was sie da, was sie da fabriziert hat. Ich hab' jetzt noch einen Daumen bekommen. Ich hab' 310 Fahr. Mann, ich kann das nicht solo carry'n, wenn die drei Gegner haben, die mich reinsliden können. Endlichvals Doris. Ey, es da schon 1337. Sieben.